Hey Kinder, was geht bei euch ab? Herzlich Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch hier auf dem Kanal. Ich weiß, ihr wollt alle ein... Macht Spaß Video und das kommt auch morgen. Aber heute schaffe ich es nicht mehr, denn heute ist ja Livestream um 18 Uhr. Kommt alle schön den Livestream, ja, ja. Und bis dahin kriege ich das nicht mehr fertig. Und deswegen machen wir jetzt hier wieder Lückenbüßer mäßig ein Overwatch. Hier ist er in Hage flogen, nicht wundern. Direkt noch vorweg, einige haben gefragt, wer denn jetzt das Giveaway gewonnen hat und hin und her. Ich sage es hier einfach nochmal, obwohl ich es auch immer in den Giveaway Videos sage. Die Gewinner, oder in dem Fall der Gewinner, es war ja im Moment jetzt nur ein Skin, das letzte YouTube Giveaway. Die werden einfach auf YouTube genannt in einem Video von mir. Also einfach angesagt, ja. Und Schluss aus. Also ich sage in einem Video dann, wenn die Zeit rum ist, wenn das Giveaway fertig ist, hey, der und der hat gewonnen und er soll mich einfach geschwind unter dem Video anschreiben und fertig. Und dann schreibt mich derjenige an unter dem Video, also schreibt einen Kommentar, dann frage ich nach seinem Trade-Link und gut ist. Ja, das ist so ein Teil der Aktivitätsgeschichte, damit wir uns ganz sicher sind, dass nicht irgendein Skin-Geier was gewinnt, sondern jemand, der wirklich hier versucht zumindest, wenn auch nur über die Zeit des Giveaways, ein One-Tap-Beast mitzumachen. Ja, so, aber jetzt zurück zum Overwatch. Dem letzten Overwatch habe ich ja gefragt, was ihr denn jetzt, wir haben wieder was Neues ausprobiert oder ich habe was Neues ausprobiert, ich habe euch diese Wahl am Schluss weggemacht. Es war so mittelmäßig gemischt, aber alles in allem kam es doch sehr gut an. Ein paar haben halt gesagt, sie finden es cool, dass es am Schluss nicht da ist, aber würden trotzdem gerne wissen, was ich halt drücke oder was meine Meinung ist. Und ich denke, da können wir einen easy-haften, einen ziemlich einfachen Kompromiss finden. Und zwar sage ich ja im Video so oder so schon, was ich, also was es ist oder was es wohl ist. Also ich gehe ja sehr stark darauf ein, so von wegen, oh, 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 und spreche es schon im Video aus. Dennoch werde ich am Schluss das Ding wegmachen, damit ihr einfach nicht diese schlussendliche Bestätigung habt und selbst dann rumfuchsen könnt und wir uns im Video darüber, in den Kommentaren darüber unterhalten. Die einzige Frage ist nur noch, ob es euch reicht, wenn wir eben im Video, in unterm Video, in den Kommentaren darüber sprechen oder ob ich dann meine, das Ergebnis des letzten Overwatches in das nächste Overwatch einbaue. Entweder als, entweder sage ich es da einfach oder ihr seht halt, was ich geklickt habe. Wobei das dann wiederum so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr stark die, die, die Einfachheit der Overwatches nimmt, weil dann müsste ich ja hinten ein Stück schneiden und das ganze Overwatch rendern, was sehr, also was länger dauert. Somit würden sie komplett diesen, ähm, Lückenbüßer-Aspekt verlieren. Also deswegen wäre es für mich natürlich am einfachsten, wenn wir das, also wenn ich es einfach sage im Video im nächsten, wenn ihr das wollt oder wir einfach in den Kommentaren darüber sprechen. Also ihr schreibt ja eh, was ihr denkt, das ist ja das Coole. Wenn ich am Schluss was drücke, dann ist es irgendwie fest. Egal, was ihr, was ihr schreibt, ich habe es ja gedrückt. Wenn ich das am Schluss aber einfach wegnehme, dann, dann habt ihr vielleicht mehr Elan, auch so ein bisschen zu diskutieren, was es wohl ist. Was glaubt ihr denn, was es hier ist bei diesem, bei diesem, äh, äh, Mysterio? Vorhin kamen die Ultra-One-Taps und jetzt kommen die One-Sprays. Also, ähm, wir fangen einfach mal an zu spekulieren. Und zwar wirkt es natürlich schon, es geht schon, äh, sehr stark Richtung Aim. Was würdet ihr jetzt bezüglich noch einem, einem, äh, Vision Assist sagen? Bedenkt immer die Sprüche, ein, ein guter Vision Assist ist, äh, ersetzt ein, ein, ein Aim Assist und umgekehrt, ne? Man kann ja an Kanten, an Ecken, wenn man die Gegner schon im Vorfeld sieht, schön um die Ecke aimen, beziehungsweise auf den Kopf aimen und dann einfach noch warten, bis er um die Ecke kommt. Und mit einem, äh, raffiniert eingestellten Aim kann man auch gucken, wo die Leute sind, indem man so leicht praktisch triggert und hinschflicken lässt, um zu sehen, wo die Gegner sind. Aber das ist, ähm, natürlich sehr schwierig, das unentdeckt zu machen. Also, das merkt man halt, wenn jemand andauernd lockt. Aber man kann nur so halb, naja, ist ja, ist eine Sache der Einstellung des, des Cheats. Was wollt ihr sagen? Gerade eben der Kill auf Short, der sah dann schon eher nach reinem, äh, Vision Assist aus. Die Kills vorhin aber wiederum waren schon wirklich ganz schön krass reingewurschtelt, ne? Wir achten auch mal aufs, aufs Movement. Ich guck jetzt generell, dass ich das so in drei, äh, Stücke unterteile. Ähm, wir hatten ja letztes Mal ein Movement Beast. Da waren wir uns dann eigentlich ziemlich einig, äh, oder ihr wart euch ziemlich einig und ich bin dann auch mit euch einig geworden, dass wir, ähm, da jemanden hatten, der wirklich schon Können hatte. Also, jemand, der gar nicht mal so unschlecht, unschlecht, ungut, ähm, gespielt hat oder hätte auch ohne Cheats, ne? Dieses Movement, dieses Half-Life-Movement von, äh, von vor 3000 Jahren, hatte der echt drauf, diese krassen Sachen. Ähm, was mich dann irgendwie die Wunderung noch mehr erhöhen lässt, warum so jemand dann cheatet, weil er war ja an sich, äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Und dann ist, hackt man, hackt man trotzdem rein. Aber gut, naja, was, äh, was soll's, das kann man sich jahrzehntelang fragen, was ihn dazu bewegt hat. Viele haben gesagt, ja, der, der war's leid mit den ganzen Cheatern, also hat er selbst gecheatet, wobei das affig ist. Ich hab den Vergleich ja schon mal gebracht, äh, wenn, wenn einem Pädophile nicht gefallen, dann fängt man ja selbst nicht an, Kinder zu ficken, weil es, weil es einem leid ist oder sowas, ne? Also, das ist bescheuert. Es, äh, macht nicht viel Sinn, Cheater zu hassen, aber dann selbst anzufangen zu cheaten. Das ist, äh, komplett behindert. Aber es kann natürlich ein Grund sein, natürlich. Kann ein Grund sein. Ähm, ja, wow. Warum war das jetzt so verschissen? Kurz. What the fuck? Naja, also sowas würde ich generell niemals, manche meinen sogar, dass das Cheaten rechtfertigt. Oder etwas rechtfertigt, weil, wenn jemand cheatet, dann darf ich auch cheaten. Das ist affig. So, so denkt man nicht. So hat man nicht zu denken. Ja, okay, gut, egal. Dann halt ein kurzes Overwatch für heute. Soll da eh nur ein Lückenbüßer sein, ein kleiner. Heute ist ab 18 Uhr Livestream. Wahrscheinlich kommt das Video um 18 Uhr oder 18 Uhr, äh, oder 17 Uhr 45. Mal schauen. Also, kommt ran. Ich bin dann schon live. Ähm, und wir hustlen gemütlich rein. Heute wird höchstwahrscheinlich CSGO und Battlefield 5 gespielt. Es wird gebollert, aber brutal. Und wisst ihr was? Der Gewinner des letzten YouTube-Giveaways ist... Der Trixor. Mhm. Ihr habt richtig gehört. Monsieur, du hast richtig gehört. Ähm, da, da Trixor, nicht D-Trixor. Da, D-A. Ich erwarte von dir einfach nur eine Meldung hier unter dem Video von wegen, ah, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und dann werde ich auf dich zukommen. Also, dann werde ich dir darauf antworten. Und dich nach deinem Trade-Link fragen. Und dann antwortest du bitte genau unter dieser Nachricht auch mit deinem Trade-Link. Wenn du eine neue Nachricht schreibst, dann ist es, ähm, dann, äh, ja, es geht auch. Ne, weißt du was? Schreib eine neue. Was labere ich hier? Schreib. Ach, eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es wurscht. Aber es ist für mich sogar einfacher, wenn du einen neuen Kommentar schreibst. Den bekomme ich ganz oben angezeigt. Schreib einen neuen. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für eure Daumen. Also, man hat wieder gemerkt, wie sehr euch die Overwatches zu gefallen scheinen. Ihr habt, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, 100 plus Daumen hochgehauen. Ab nochmal. Dankeschön. Ja, was habe ich dazu sagen? Kommt in der Live-Stream. Kartoffelsalat.